Dieter Ferner ist ein ehemaliger deutscher Fußballtorwart, Sportdirektor und Fußballtrainer. Karriere Der Torwart spielte, bevor er entdeckt wurde, für SPVGG Rade vorm Wald und wechselte dann zu Bayer Leverkusen und RW Oberhausen in der früheren Regionalliga West und später in der 2. Bundesliga. 1975 wechselte er zum 1. FC Saarbrücken. Während seiner Bundesliga-Zeit im Saarland brachte er es auf zwei Bähländerspiele. 1981 spielte er für den Aufsteiger 1. FC Bocholt in der 2. Bundesliga Nord. Danach wechselte Dieter Ferner in die USA zu den Chicagos Ding und wurde mit seinen deutschen Mitspielern Karl-Heinz Granitzer und Arno Steffenhagen Meister der NASL. 1983 führte ihn der Weg zurück nach Deutschland zum Zweitliga-Aufsteiger Rot-Weiß Oberhausen. In seiner späteren Trainerzeit war er zehn Jahre als Übungsleiter bei den Amateur- und Jugendmannschaften des 1. FC Saarbrücken tätig und übernahm. Zur Saison 2007-08 das Traineramt beim saarländischen Verbandsligisten SC Friedrichsthal. Am 3. Juni 2008 unterschrieb Dieter Ferner wieder einen Vertrag beim Oberligisten 1. FC Saarbrücken, mit dem er bereits in der ersten Saison den Meistertitel und somit die Qualifikation für die Regionalliga erreichte. Am 8. Mai 2010 schaffte er mit seiner Mannschaft als Tabellenerster der Regionalliga West den direkten Durchmarsch in die 3. Liga. Am 26. Mai 2010 wurde mitgeteilt, dass Dieter Ferner ab Juli 2010 nicht mehr Cheftrainer des FC Saarbrücken sein wird. Er wechselt auf die Position des Sportdirektors, da er keine Trainerlizenz für die 3. Liga hat. Ab dem 1. Juli 2012 war Dieter Ferner wieder als Trainer tätig bei Borussia Neunkirchen in der Oberliga Südwest. Nach der 0-4-Heim-Niederlage am 19. April 2014 gegen SV Alemannia-Walt-Halgesheim legte Ferner sein Traineramt nieder. Ab dem 22. Mai 2014 wurde er Trainer und sportlicher Leiter des SC Friedrichsthal. Dieter Ferner bestritt insgesamt 62 Bundesligaspiele und 166 Zweitligaspiele.